So, hallo meine Lieben, ich befinde mich hier am Domplatz und ja, der Dom ist da hinter mir mal schauen, ob ich den irgendwie raufkriege ja, ein bisschen sieht man ihn halt ja, ich werde halt versuchen, nachher da reinzugehen und Bilder zu machen so toll, die Leute stellen mich schon an ganz super so war das halt nicht geplant ja, ich bin noch nicht so gut in diesen Vlogsachen hier habe ich gerade den Propsteigarten vor mir ah, jetzt sieht man den Dom super noch so ein bisschen wegrechnen gut, also wie gesagt, ich werde da jetzt reingehen ich werde schauen, dass ich Bilder machen kann ok ich hoffe halt auch, dass ich da fotografieren darf verfilbern werde ich glaube ich nicht ich muss einmal schauen, ob der überhaupt geöffnet hat irgendwie, ich sehe gerade gar nichts so, dann gehe ich mal rein und ich sage einmal, bis gleich so da, ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht in der Tat irgendwie, ich weiß nicht, es war keiner drinnen ich gehe jetzt noch zum DM shoppen einkaufen dann werde ich später noch ein DM holen machen also, am Anfang zeige ich euch die Bilder jetzt ich hoffe, ihr habt viel Spaß und, dass sie euch gefallen alles Gute Tschüss. Musik Musik Musik